Oh, 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 Gott hat's schon, das ist noch Kost. Das finde ich nicht gefährlich. Genau, da sind keine Soßen oder sowas in einem leeren Teller außen rum. Das hast du doch schon in den Links hinbekommen. Wie sieht das Video einfach eigentlich aus, wo das am Ende so umgefallen ist? Das habe ich jetzt auch gesehen, bei der Olympiade hat irgend so ein Hammerwerfer die Kamera umgehauen. Das ist dann auch noch auf der Sicht der Kamera. Irgendwas sagen wir jetzt nicht ganz groß, denn das. Das ist ein Video, das ist ein Video.